Kirchliche Jugendarbeit ist erlebnispur, glättete Gemeinschaft und trifft volle Sparten. Kirchliche Jugendarbeit ist wichtig, weil christliche Grundwerte wichtig sind im Leben von jedem Jugendlichen. Kirchliche Jugendarbeit macht ganz viel Spass. Man kann ganz vieles erleben und neue Sachen entdecken. Suchst du Spiele, Spass und Action? Besuch doch unsere Website, denn wir haben alles zu bieten. Untertitelung des ZDF, 2020